In Europa ist es wichtig, dass Großes, Großes und Kleines klein geregelt wird. Wie wir unsere Baugrundstücke ausweisen, wie wir unsere Natur erhalten, wie wir unsere Dörfer und Städte gestalten, das wollen wir selbst tun. Aber wir brauchen dringend mehr Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität oder wenn es darum geht, die Spareinlagen unserer Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Das ist die Aufgabe der Europäischen Union. Und wir Oberfranken wollen Europa gestalten.